Der Musetalk Musikmessereport 2014 wird präsentiert von Olympus. Smartes Mobilrecording für Musiker. Herzlich Willkommen zum Musetalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich Willkommen zum Messecast 2014 von der Frankfurter Musikmesse. Jetzt sind wir hier beim Stand von Roland. Und was ihr hier seht, ist eine Live-Performance. Und vorgestellt wird hier eine Sync-Box, mit der man dann auch das neue Analog-Modeling-Equipment mit dem richtigen alten Klassikern verbinden kann. Was mir allerdings generell fehlt bei vielen Sachen, die ich hier sehe, dass die externe Hardware zwar mittlerweile über USB-Audio-mäßig mit dem Rechner gut vernetzt ist, allerdings die Synchronisation zwischen einem DAB-Programm und den ganzen externen Geräten immer noch über Midi-Clock funktionieren soll. Da finde ich, so müssen sich die Hersteller mal zusammentun und irgendwas erfinden, denn das sind ja im Prinzip zwei Computer, der Rechner und das Equipment und die sollten doch Sample genau miteinander laufen können. Da warte ich noch drauf. 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 Vielen Dank.